halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu limbo ja in der ich würde sagen kinderhelle ich weiß es nicht was das genau hier ist für ein spiel aber ja es überrascht mich immer mehr und ich habe das gefühl es will uns umbringen definitiv will es uns umbringen okay Okay, okay, okay. Absicht? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nein. Oh, fuck. Wie soll ich das denn tun? Hä? Ich meine, das ist klar. Das ist logisch hier. Ach, warte, 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 warte. Wir müssen erst hier hoch. Das Ding hier aufziehen. Hier die Leiter hoch. Die Treppe wollte ich gerade sagen. Oh, 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 komm hier hin. Jawohl. Die würde kaputt gehen. Oder uns nicht so stark halten können. Aber das ist nicht schlimm. Wir schaffen es. Oh, 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 oh Ich weiß nicht, was der Luftballon zu tun hatte damit. Aber wir steigen nicht. Was hatte der Luftballon damit zu tun? Bin ich gut, einigermaßen. Weil so könnte das jetzt funktionieren. Jawohl. Ja. Das hat sehr gut funktioniert. Hebel. Ja. 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 Huchala! Vielleicht jetzt hier wieder zu? Hm, ich verstehe es gerade nicht. Das Wasser ist ja jetzt nun mal drin. Ja, das war klar. Ich verstehe es nicht. Da komme ich jetzt nicht weiter, jetzt muss ich überlegen. Ich muss ja hier drücken, sonst komme ich ja hier gar nicht weiter. Das geht ja nicht anders. So, das Wasser? Warte mal. So. Obwohl. So vielleicht? Jawohl. Hat doch gut funktioniert. Boah, hier sind wieder diese Finger. Oh nein. Jawohl. Fuck. Ich darf da nicht rein. Aber wie soll ich denn aufhalten, dass er mich hier frisst? Das geht nicht. Ich darf nicht springen, ich muss ganz langsam machen, aber dann hätte ich vielleicht die Chance. Ne. Muss ich die Kiste vielleicht schon mal schieben? Es klingt so wichtig. Boah, ich kriege die Krise, ehrlich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ah, okay, jetzt frisst ich rein. Jetzt, oh, bin ich doof. Ich bin echt da rüber gesprungen, echt! Oh nein, das wollte ich gar nicht. Okay, jetzt weiß ich aber schon mal, was das Ding hier von mir möchte. Ich glaube, jetzt muss ich einfach nur warten. Trinke ich mal einen Schluck schon mal? Wie lange dauert das denn? Wie lange dauert das denn? Ich kann nur nichts machen, außer springen eigentlich. Ach so! Cool! Was soll ich jetzt tun? Das Wasser kommt ja immer höher. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ah, jetzt weiß ich's, alles klar. Nein! 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 Scheiße! Ja! Leck mich, ey! Leck mich! Leck mich am Arsch! Mann! Das macht mich wütend! Jetzt kriegt er wieder einen am Appel hier. Das heißt, wir müssen jetzt zurück. So, hoffentlich kriegt er das jetzt gleich wieder im Kopf hier. Oh, ich bin hierher. Oh, ich bin hierher! Das heißt, wir müssen jetzt hierher einfach wieder abreden. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, es ging nicht anders. Es ging gar nicht anders. Er ist ja davon da nicht mehr abgesprungen. Ich verstehe es jetzt, aber wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, dann ist es anders. Das Ding muss sich ja jetzt wieder reinfressen, also weiter reinfressen und sich umdrehen, dass ich umgedreht bin. Aber irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ich jetzt noch die Holzkiste auch noch brauche. Nee, macht er nicht. Er nimmt das Ding zwar an, aber er dreht sich nicht um. Also ist das so noch nicht richtig. Ja, leck mich. Ich bin... Ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder diese Spiele spiele. Brauche ich jetzt vielleicht doch noch die Holzkiste. Uh-huh. Und die Dinger können das dann direkt wieder abfressen. Nein! Nein! Ich habe vergessen, dass der weiterläuft! Nein! Fuck! Okay, jetzt... Ich habe es jetzt aber. Ich habe es jetzt. Ich habe es jetzt noch eine gute Zeit. Aja! Es ist jetzt noch nicht weit, dass ich schon noch nicht, weil ich das jetzt auch meine Ahnung in großartigkeit sicher bin. Aber ich habe es jetzt noch ein bisschen weitergebracht. So, jetzt hier warten. Einfach nur auf das Rohr warten. Warten, warten, warten! Jawoll! Los, friss ab! Super! Uh, das war sehr knapp. War nicht so geplant, aber ja. Ich hab mir gedacht, machst du einfach mal. Sollten wir da dran packen? Da können wir wirklich nur kurz dran packen. Ich muss da dran packen, alles klar. Okay. Okay. Nein! Oh nein, 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 nein! Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Ich könnte mich selbst ohrfeigen. Der war so dumm, der Tod. Gut, ich hatte auch schon dümmere. Nein! Ich muss das zeitlich besser abpassen. Das heißt... Hm, pass auf. Eins, zwei. Okay, das war noch zu früh. Das war noch viel zu früh. Okay, warte, 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 warte. Jetzt mal kurz. Jetzt mal wieder. Und dann mal wieder. Nein! Oh Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Ach, sie hat ja auf den Tisch geraucht. Sauer bin! Nein! Och Mann! Leck mich doch, ey! Ich hasse diese Spiele. Ich hasse sie. Ich weiß nicht, warum ich es immer wieder zocke. Ich weiß es nicht. Wow! Nein! Während ich schon losgesprungen bin, habe ich es schon! Nein! Ach Mann! Jetzt warte ich erst, bis es aufhört zu wedeln. Das Wutscheln und Wedeln. Wie man bei Harry Potter immer sagt. Meine Güte, ey! Ja, das war sehr gut. Oh! Ein Glasdach. Eine Leiter, die man rollen kann? Was macht sie für einen Sinn? Ja, das war schon mal. Ja... Nein! Eins Schild auf die Hälfte. Ich weiß es nicht, ob sie am Herren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Keine Ahnung. Mein Hund spinnt gerade rum. Ich muss nachgucken, Leute. Bis gleich.